der skyrim ist wieder da na ja willkommen zurück zu der adder lord scrolls 5 der adder scrolls 5 eine schneeblume ich finde ja sehr vieles und ich muss es gibt es aber sehr sehr tief bergab das ist eine höhle ich habe geradeaus laufen habe ich irgendwie in zehn stein für mein keine kingstände zum aufladen pech und hallo banditen wolf und noch banditen wolf wenn ihr tot seid kann ich euch wesentlich leichter aus das war aber ein schneller finish kill mit schneller finish kill anwachsen streitkoll mit mich mit wieso kann ich schon wieder nicht rennen ablegen ja ablegen die mist brauche ich nicht ich brauche nur blüsterst so das sieht ja schon besser aus banditen wolf wolfs pelz und wolfs pelz ach endlich könnte ich ja zu hause gehen und sich felsen was ach felsen innenhöhle felsen innenhöhle paar kohls werde ich jetzt mal ein paar für dich ein paar essen jo ein paar apfel wieder paar kohl ach ja kann ich ja was verbotzen oder kochtopf aber ich brauche ich lachsfleisch pferdehüfte riesen eintop groß rindfleisch karotte felsen 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 gäbe stelle dritte stell Hallo? Ach, die hat das orkische Schwert. Denn immer noch da, ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Jetzt wisst ihr, wer mein Schwert, äh, wer das Schwert hat. Nämlich die. Ah, zu essen hast du auch was, okay. Ich möchte gerne das haben. Klinge von Pale. Kaiserliche Schwert. Kaiserliche Rüstung tragt sie nie. Wieso nimmt sie das nie? Ich verstehe diese Frau nicht. Dann gebe ich dir das. Kann ich das wenigstens ausrüsten? Wenn ich den orkischen Schwert habe. So. Ihr geht vor, ich folge. Ey, die ist gut, ey. Die ist wirklich gut, wenn man sie als Gefährtin hat. Ähm, wo laufe ich hin? Ich laufe in der ganz falschen Richtung. Ich laufe in der ganzen Wohnung. Ich laufe in der ganzen Bibel. Äh, Lydia? Äh... Geht doch... Oh, ein Hase. Hallo, Hase. Hey, seht mal. Eine Höhle. Was da wohl drin ist? So, Steinbach-Höhle entdeckt. Okay. Was sind hier? Ha, eine angeruhte Zumangen. LOL. Ah, ein paar Äpfel. Rote Äpfel. Die könnte ich gebrauchen. Ein Fass ist leer. Das kommt nämlich nicht mit. Darum ist das, was ich jetzt meinte, das... Ja, mit dem... Ähm... Ja, das ist ein Sauler. Hallo. Hallo. Ostmarsch. Keiserliches Militärlager entdeckt. So, was habt ihr denn so Schönes hier? Wenn man fragen darf, ihr habt... Wundertrunk der Gesundheit schon wieder? Und bis ins? Das ist Alarm. So, was habt ihr denn so Schönes? Hier sind... Hier ist eine Truhe. Wow, 103 Leute. Ein paar Salz. Die kann ich gut gebrauchen für... ...für die Alchemie oder für das andere. Jetzt sind Ambers zum Schmieden. Nee, stehen möchte ich nichts. Das ist alles Stahlschwert und sowas hier. Ah, hier ist eigentlich mein Labor. Hier kann ich dann wieder was herstellen. Mal sehen, was kann ich denn herstellen? Weil ich brauche unbedingt, ähm... Gesund... Also Gesundheit wieder herstellen. Oh! Ich kann drei Stück machen, gut. Ich stelle 22 Gesundheitspunkte wieder her. Okay. Herstellen. 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 So. Dann... Ein paar Ausdauer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Erschaffen, Gift, Ausdauer, Magikaschaden. Aha. Gut, so. Dann haben wir auch sehr viel mit Ausdauersenken. Ein Riesenzäh. Aha. Anfälligkeit für Magie. Eins, zwei, drei. Magikarige negieren. Okay. Gehen wir auf Entfernen, Entfernen. Hier ist Anfälligkeit für Frost. Die ist Anfälligkeit für Blitz. Hier ist Feuer. Und... Illusion verstärken. So, das müsste erst mal reichen. So, was habe ich denn? So, Zaubertränke, Anfälligkeit für Frost, Ausdauer senken, dauerhafter Magikaschaden, Wanderung der Gesundheit, Zaubertrank der Heilung, Zaubertrank der Kleinheilung, Ausdauer wiederherstellen, Gesundheit wiederherstellen. Dann habe ich drei gemacht. Ja, das ist gut. Weil, sowas Gutes, das kann man richtig nicht schlecht machen. So, ich bin Legat. Ich bin Legat. Bleibt wachsam. Habt ihr eine Meldung? Der General und ich sind nicht immer einer Meinung. Aber euer Ziel ist die feindliche Festung. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Klar. Die Festung ist so gut wie unser. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Schlacht um Fest... Umfestung Almohr. Almohr ist dort. Tja, da geht's... weit. Das ist sehr weit entfernt. Also müssen wir als erstes wieder dorthin, wo dieser komische Bandit... äh, dieser komische Banditen ist. Banditin. Weil das ist auch ein bisschen entfernt. Getreute Gefährten. Wow, Schlüssel mit Schlossknacker. Okay, wir müssen jetzt weitergehen, wie es sind. Hallo? Halt! Diese Straße ist gebührenpflichtig. Ihr werdet also... 200 Goldstücke Wegezoll locker machen müssen, wenn ihr sie benutzen wollt. Pfff. Hm. Die klingen... 50 Goldstücke... 50 Goldstücke... Na schön. Ich sehe schon. Ihr seid den Ärger nicht wert. Jetzt verschwindet, bevor ich es mir noch anders überlege. Wegezoll. Unglaublich, ey. Wieso... Ich hab die doch getötet. Das gibt's doch nie. Warum ist die wiederbelebt? Das hat doch kein... Wieso, das gibt doch keinen Sinn. Ist doch komisch. Naja, egal. Typisch. Ich hasse Banditen. Ah, Bergblumen. Hier hab ich die Bergblumen vergessen. Einen zusammen. Whee! Ich springe nicht runter. Ich springe nicht runter. Whee! Oh. Sind wir ja schon fast am Ziel. Und das ist ja auch das Let... Ich glaube, das müsste die letzte Festung sein. Und dann geht's mit den... Dann geht's mit dem Ende der Sturm... Oh. Ist das... Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Ein Dieb. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Ein Dieb. Geht's sofort. Netter Versuch. Aber mir jagt ihr keine Angst ein. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Dafür hab ich keine... Eher würde ich sterben. Dann ist das wohl euer letzter Wunsch. Dummkopf. Ihr hättet nie herkommen. Okay. Ein leichter Leck... Ein leichter Leckeinbruch. Ich hasse Diebe. So. Was zattest du nur so schönes? Eine Elfenrüstung. Boah. Alter. Ich mag keine Diebe. Deswegen... Deswegen mach ich das. Er würde sterben. Geh im Ohr. Als... Als das Ober... Pfff. Das ist halt mir doch nicht alles ausblendet. Ich hasse Diebe. Deswegen töte ich sie auch gerne. Ich töte sie gerne. Deswegen töte ich sie auch. Das war schon der... Das ist schon der zweite... Das ist schon das zweite Mal, dass das passiert ist. Und da sind sie. Hallo. Guten Tag. Ja. Hier. Ich komme... Mit... Euch. Ich... 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 Wieder hier leichte Leckeinbrüche. Nicht, dass es jetzt auch immer... Na gut. Okay, wenn sie das machen, mach ich das auch. Fest und irgendwo entdeckt und da geht schon los. Die haben schon... Mit den besten Größen an Ulfreich. Zum Ruhm des Kaiserreichs. Zum Ruhm des Kaiserreichs. Und zum Ruhm des Kaiserreichs. Ah, hier ist eine Leiche, eine verbrannte Leiche, okay. So, was haben wir denn hier, so einen langen Bogen? Ah, steif einer. Ich kann euch nicht mehr sehen. Nicht, dass ich jetzt Julia erwischt habe, nein, habe ich gekürzt, ne danke. Ja, das ist normal. Schwere Rüstung verbessert auf 39, wow. Was haben wir denn, die hier so? Aha, okay. Alter, hier kommt man richtig in die Verwirrung. Alter. Aber sehr viele Stallpfeiler haben sie. Verbrannte Leiche. Geht das, Julia? Okay, ich gehe jetzt mal wieder zurück hier. Die können das alles erledigen. Die haben aber ganz schön sehr viele langen Bogen hier. Glaublich. Ja, ist alles in Ordnung? Aha, gut. Abgeschlossen, gut. Seid ihr zum Stern bereit? Ja! 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 Ich bin immer noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Aha, den kaiserlichen Bogen hat sie. Aha, verstehe. Gut zu wissen. Hm. Wäh. Von Steiflein hast du kaum noch was. Dann gebe ich die mal dir. Die. Dann gebe ich die mal. Hm. Boah, das geht aber. 140. Ja! Gut. Ihr geht vor. Ich folge. So. Hallöchen. So. Die Steiflein nehme ich mit. So. Ähm. Gucken. So. Jetzt gehen wir mal rein. wieder zurück zur Ostmarsch. Mit gezungener Waffe bewegst du dich langsamer. Echt jetzt? Das habe ich jetzt aber nicht gewusst. Und hier schneid's. Komm schneid's hier. So. Hier. Das kann ich ja übrigen. So. Du bist ein Quartiermeister. Ich möchte gerne was verkaufen. Huch. So. Warte. Ich mach mal kurz Pause. So. Okay. Jetzt wissen ich warum ich zu schwer bin. Weil ich hier. Ein paar Wolfspelze habe. Schuhe. So. Ein paar Waffen möchte ich weg haben. Oha. So. Was hast du so schönes? Ah. Hier. Die Elfen. Anzüge. Die Stahl. Die Stahlplatten. Zwergenpanzer und Schuhe. Nehm ich mal. Die sind ja billig. Kann ich die hier. Anziehen. So. Verkaufen. Habe ich ja bald eine Zwergenrüstung hier. Ist ja cool. So. Kleidung. Wow. 147. Alter. Was will dir? Hallo. Bin immer noch da. Ja. Ich habe geschworen eure Last zu tragen. So. Ähm. Nimm den Kaiserlichen Bogen weg. Ähm. Den weg. Prost nicht. Das Prost nicht. Das Kaiserliche Schwert weg. Das weg. So. Und das weg. Ja. Mal los. Äh. Jetzt bin ich zwar ein bisschen. Jetzt bin ich zwar schwer. Aber das tue ich dann sogar so jetzt verkaufen. Weg. Weg. Kaiserliche Schwert. Klinge vom Peel weg. Ähm. Das weg. Das weg. Das weg. So. Ähm. So. Kann ich jetzt noch. Nein. Kann immer noch nicht laufen. Ich darf einen Blick darauf. Es muss noch weg. Kaiserlicher Bogen. Okay. Kaiserlicher Bogen weg. Sonstiges. Was. Hä. Jetzt muss ich gucken. Warum bin ich immer noch zu schwer. Fallen lassen. Fallen lassen. Und fein lassen. So. Vielleicht hab ich ja Essen zu viel. Vielleicht hatte ich ja Essen zu viel gehabt. Das habt ihr da drüben liegen lassen. Ihr habt Glück. Jemand anderes hätte das vielleicht für sich. Das habt ihr da drüben liegen lassen. Ihr habt Glück. Jemand anderes hätte das vielleicht für sich behalten. Hier bitte. Ich kann schon wieder in die Rente. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen eure Last zu tragen. Ja. Hast du. Ähm. So. Warte mal. Gib dir doch mal ein paar. Geben. Ihr geht vor. Ich folge. So. Da bin ich wieder. Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Soldaten, die sich zum Angriff sammeln. Bewegung. Okay. Schlacht um Windhelm. Lass dir von General Tyrolius Befehle geben. Auf der Karte. Und das bedeutet. Es herrscht Krieg. Und dieser Krieg. Beginnt hier. Und jetzt. Denn Ulfric Sturmantel. Wird jetzt nicht mehr leben. Denn das war die letzte Festung. Und Windhelm wird jetzt erobert. Denn die Kaiserliche Armee wird jetzt diese Soldaten der Sturmante letztes Gebet aufschlachten. Was haben wir in dieser Zeit gebracht? Wir sind eine Stufe gestiegen. Und werden dann unsere Ausdauer in der nächsten Stufe erhöhen. Und. Wow. Fuck. Alter. Was ist hier los? Ich hol mal meine Waffe raus. Es ist ja alles. Hier ist alles normal. Aber. Heilige Scheiße. Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Wo ist hier los? Guten Morgen, pode think man mal lieber. Phui. 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 Mach doch mal nichts beid Schlag zu versetzen. Ihr habt alle tapfer gekämpft und viel dafür geopfert, damit wir es bis hierher geschafft haben. Und wir werden uns in der Hand des Schlosses verstecken. Aber wir werden uns hineinkämpfen und ihn aus den Trümmern herausziehen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Da dies der letzte Kampf der Sturmhändel ist, werden sie bis zum letzten Arzt zu kämpfen. Sie werden unerbittlich und gerissen sein. Aber sie sind euch Soldaten nicht gewachsen. Ihr seid die besten und mutigsten Krieger in Kamriel. Berufssoldaten. Furchtlos und zerstörerisch. Der Kaiser wird die heutigen Ereignisse aufmerksam verfolgen. Wer sich hier positiv hervortut, wird großzügig belohnt werden. Alles bereit machen. Mir hin. Okay, ich mach hier ein Cut. Bis gleich, Leute.